Schenke dir jede Form von Unmut auf dem Weg zum Erfolg, weil es sonst den Erfolg sabotiert. Ich bin mir sicher, du kennst auch viele Menschen die unmutig unterwegs sind und das ist etwas sehr sehr trauriges, weil in erster Linie tut es nicht den Empfänger belasten oder angreifen, sondern der Sender des Unmutes den trifft. Es ist wie ein Bumerang, der auf den Sender zurückkommt und ihn selbst am meisten schadet. Darum schenke dir jegliche Form von Unmut, freue dich für andere Menschen, wenn andere Menschen Erfolg haben, wenn andere Menschen weitergekommen sind als du in deinem Leben. Dann mach dir einfach Gedanken, studiere diese Menschen, lobe diese Menschen dafür, dass sie es gepackt haben und achte darauf, dass du von ihnen wertvolle Inputs bekommst, die du in dein Leben implementierst, damit auch dein Leben zu etwas wunderschönem, großartigem wird. Unmut, das Schlimmste, was du dir antun kannst auf dem Weg zum Erfolg. Alle Menschen, die mit Unmut arbeiten, werden nie Erfolg haben. Also, wieso sollst du so ein Narr sein und mit Unmut dein Leben verbringen wollen? Das Thema heisst immer von Erfolgreichen mit Erfolgreichen lernen, weil das ist der Königsweg, das ist das, was dich weiterbringt in deinem Leben. In diesem Sinne, ich freue mich bis morgen, wünsche dir alles Liebe und Gute, tschüss, bye bye, dein Euer Ernst Krameri auf der Fahrt von St. Moritz nach Deutschland, hier gerade bei Urdorf Zürich.